Wir treffen uns hier heute für den Abschluss von unserem Lauf-Gehts-Programm. Lauf-Gehts bedeutet in sechs Monaten zum Halbmarathon. Also sprich, alle Teilnehmer sind vorbereitet worden, in sechs Monaten einen Halbmarathon zu laufen oder einen Zehn-Kilometer-Lauf. Und heute, wunderbarerweise nach zwei Jahren Pause, können wir heute wieder hier beim Oldenburg-Marathon den Abschlusslauf stattfinden lassen. Das ist ganz großartig. Ich überlegte schon die ganzen letzten vier, fünf Jahre. Tatsächlich wollte ich immer mitmachen und hatte nicht wirklich die Motivation. Und hatte dann von Bekannten gehört, dass sie sich angemeldet haben und das war so der Anstoß zu sagen, ich mach das auch. Ja, dann habe ich mich angemeldet und ja, jetzt stehe ich hier. Und was mich so motivierend hat, das sind erstmal die Trainer. Also die haben mich dahin gebracht, das hätte ich nie im Leben, glaube ich, gemacht. Ich wäre niemals so lange gelaufen und so oft. Die Aufgabe des Trainers ist eigentlich, die Teilnehmer zu begleiten, zu motivieren, Zuspruch zu geben, wenn es mal schlecht läuft, weil das passiert im Training sowieso in jedem Fall. Also besonders gut gefällt eigentlich diese Gruppendynamik, dass man unter Gleichgesinnten ist und vom gleichen Punkt aus oder mehr oder weniger gleichen Punkt aus starten kann und sich dann weiterentwickelt. Das ist eigentlich eine ganz klasse Geschichte. Also der Vorteil war, auf jeden Fall, wir waren zu zweit. Wir haben uns immer gegenseitig motiviert. Wenn der eine mal nicht so richtig Lust hatte, dann hat der andere gesagt, komm wir müssen da hin. Und irgendwann kommt auch der Ehrgeiz, dann will man das schaffen. Dann will man erst die eine Stunde schaffen, dann will man die zwei Stunden schaffen. Und so haben wir uns immer weiter vorgearbeitet und heute kommt die Krönung. Befehlen würde ich das eigentlich fast jedem, der Lust hat anzufangen mit Sport, vor allen Dingen mit Laufen. Ich denke, für das eigene Wohlbefinden, für die eigene Fitness ist das für jeden super oder praktisch. Also ich würde das eigentlich für jeden, der da Lust und motiviert ist, auf jeden Fall empfehlen. Befehlen würde ich den Personen Laufgeiz, die ganz, ganz viel im Büro sitzen, nur sitzende Tätigkeiten ausüben. Und das ist eine ganz gesunde Abwechslung, weil man, das hat unser Trainer immer gesagt, man ist nach ein paar Kilometer oder nach einer gewissen Zeit ist man im Kopf frei. Und das ist also wirklich bemerkenswert. Hat auch Recht, ist auch so. Man kann den richtig abschalten, man ist luftleer. Der Kopf ist frei. Dabei sein ist alles und das war so toll. Dieses Erlebnis hier mit den Trainern und den ganzen Läuferinnen und Läufern, das war schön. Das war einfach schön.